Was geht ab? Hier ist wieder eure LiterNight mit einem neuen Video. Heute mit Elias und wir haben uns gedacht, wir haben jetzt die 125 Abonnenten, wenn ich mir sicher bin. Und da haben wir gedacht, ach komm, da machen wir mal eine Verlosung. Das sind zwar nicht die krassesten Waffen vom Blitz her, aber ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir haben dabei zwei Trommelwirbel 58, eine Tsunami auf jeden Fall 58 und dann eine 82 Nocturno und eine Dragona. Und was ihr dafür tun müsst, ist ein Like da lassen, einen netten Kommentar schreiben und abonnieren. Ja, und abonniert sein von unserem Kanal. Das ist alles. Und dann das netzte Kommentar, suchen wir uns einfach so viele Kommentare, die wir haben. Suchen wir uns einfach raus. Wenn es jetzt, sagen wir mal, fünf Kommentare sind, kriegt jeder eine Waffe. Ja, die ersten, die drinnen sind, können sich dann eine aussuchen oder so. Oder wir verloren oder wir machen es ja mit einem random Pick. Dolphelis, der hat da was. Ja, der hat das was. Ein zufälliger Generator und ähm... Oder wenn wir halt, ja... Fünf Personen haben, die was reingeschrieben haben, kriegen halt fünf Personen, jeder ein was. Einmal was und ja. Noch was dir sagen, Elias? Ähm, nö. Ja, und falls das Video jetzt demnächst online kommen sollte, ähm, es kommt jetzt, ähm, heute Abend kommt noch ein, äh, Freitag der 13. Stream, auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Ciao, ciao, Lukas im Hintergrund. Ja, ja, ciao.